hey willkommen zurück beziehungsweise ich bin wieder zurück und ja ich habe mir sommerpause eingelegt die ich aber nicht vorher angesprochen hatte und das hat sich auch so ergeben eigentlich wollte ich das nicht machen ich wollte durchgehend videos hochladen aber ich habe es nicht geschafft und das lag so ein bisschen daran dass ich ende juli bisschen ungestress hatte es kamen viele prüfungen auf mich zu ich hatte einige projekte noch die ich fertigstellen musste und die waren alle komprimiert auf die letzten juli wochen und wir haben anschließend hatte ich zwei semesterferien aber das heißt bei mir ich arbeite vier tage die woche und naja bin dazu sozusagen auch nicht mehr dazu gekommen irgendwelche videos zu machen und ich habe mir ganz viele gedanken gemacht ich war auch zwischenzeitlich im urlaub und habe mir überlegt ich werde jetzt öfters videos hochstellen die nicht so lange sind weil ich selber gemerkt habe dass ich keine videos gucke oder selten ich habe so viele abonnenten und dann guckt man suche ich mir die raus die mich interessieren und auch die die vielleicht nicht so lange sind also meine grenze ist immer so zehn minuten und das möchte ich auch machen ich glaube ich hatte jetzt auch bisher nicht so ultra lange videos aber dass man generell eher kürzere videos produziert und ja dafür häufiger einfach das ist so mein plan erstmal ich habe mir viele gedanken gemacht diesbezüglich aber ich habe auch viel gekocht in letzter zeit und wenn ihr mir auf instagram folgt dann habt ihr das auch wahrscheinlich mitbekommen weil da habe ich ein paar fotos gemacht und ja ich werde auch demnächst die rezepte online stellen die ich für gut empfunden habe und die ich euch mitteilen möchte und die kommen dann auf mein blog und ich werde jetzt noch mal im urlaub sein zweimal sogar jetzt aber erst mal nächste woche es geht nach ist und mit freunden und genau da bin ich eine woche wenn ich dann wieder zurückkomme dann wird es auch wieder häufiger videos geben und ich werde auch schon versuchen jetzt währenddessen ich im urlaub bin was zu drehen was ich euch dann hoch lade genau dann wieder daran anzuknüpfen was ich eigentlich geplant habe und so und ich muss sagen ich bin also ein bisschen man muss auch erst mal reinkommen und das ist ja auch eine große aufgabe die man da noch leben bei hat irgendwie und es ist sehr viel zeit die die das benötigt auch sich gedanken zu machen was zu drehen was zu schneiden und das sind auch irgendwie ansprechend zu gestalten und ja genau das kostet einfach was und ich bin auch ein kleiner perfektionist und möchte dann mal alles perfekt machen und das ist das kleine problem dabei genau ich habe mir nämlich jetzt auch neue kamera gekauft vielleicht habt ihr das auch mitbekommen von der bildqualität sollte die beste sein und genau was ist das schreibe ich unten in die infobox rein da stand ja auch die alte kamera das ist eine nikon d5300 und die deswegen weil die in dem video bereich relativ gut ist im nächsten video zeige ich euch dann was ich mir wunderbares gekauft habe und ihr seid dann dabei wenn ich das auspacke genau und wenn ihr das nicht verpassen möchtet abonniert auf meinen channel und ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ciao